shalom zusammen ich bin der joel und wir haben freude am wort nicht nur irgendein wort sondern den allerersten wort um genau zu sein im hebräischen ja wenn du die anderen zwei teile noch nicht gesehen hast dann würde ich dir sehr empfehlen erst mit dem anfang anzufangen genau und die anderen beiden videos zuerst anzuschauen besonders das erste um zu verstehen wie das ganze funktioniert die hebräischen buchstaben ja wir haben uns einige schon hier angeschaut und kommen jetzt zu diesem teil hier hier sehen wir wenn wir das wort im anfang wie wir hier sehen bei der sheet der sheet ausgesprochen anschauen dann können wir auch es so schneiden dass wir bei ihm und dann recht oder reich kopf schneiden und dann handkreuz wie gerade eben oder in dem teil zuvor hand und kreuz kam hier nämlich schon vor und daraus wenn er das in den satz umwandern heißt das im kopf war die hand am kreuz und dann ist ganze im anfang das heißt im kopf der gedanke sozusagen war und jahua als gott die idee oder die vorstellung dass die hand am kreuz ist das heißt ganz am anfang wo irgendwas war hatte jahua hatte gott die idee im kopf dass die hand von yahusha von dem sohn am kreuz sein wird das ist wirklich krass dass er schon mit dem allerersten wort was er hat aufschreiben lassen von moshe von moses in genesis 1 1 wo wir uns hier befinden der sheet hat er tritten ja kodiert sozusagen im hebräischen das im kopf in seinen gedanken war schon die hand am kreuz schon paar tausend jahre bevor er es dann wirklich getan hat und nach meinem verständnis ist zwar die die torah auch genesis erst aufgeschrieben worten zu moshe zu moses zeiten aber die worte waren sehr wahrscheinlich schon davor da und wahrscheinlich auch genesis 1 1 war sicherlich mindestens in den gedanken von jahua von von gott selber dann kommen wir her zur nächsten notiz und das ist jesaja 46 vers 10 das öffnen wir mal kurz das haben wir hier da steht drin jesaja 46 vers 10 ich verkündige von anfang an das ende und von der vorzeit her was noch nicht geschehen ist genau ich sage mein ratschluss soll zustande kommen und alles was mir gefällt werde ich vollbringen und der wichtig wichtige teil steht hier ich verkündige von anfang an das ende und von anfang an bzw von anfang im hebräischen ist dann rechit also ist wie das bait ein besonderer buchstabe dieses mem heißt der buchstabe dass man voranstellen kann vor anderen wörtern und das heißt von oder ja im englischen passt noch besser mit from also von einer bestimmten von einer herkunft her sozusagen und in diesem fall von dem anfang also rechit heißt ja der anfang und das interessante ist dass man sogar im hebräischen wörtlich nehmen kann das heißt was wir gerade hier gesehen haben dass er in den gedanken schon die hand am kreuz hatte hat er hier in jahr 46 vers 10 jahr hingedeutet dass er das ende also in dem sinne das ende das yahusha am kreuz sterben wird hat er im anfang also in dem wort rechit oder berecht hat er das ganze versteckt und dieses wort rechit ist genau das gleiche wie hier was dann auf den anfang also das allererste wort hinweist das erste wort der bibel der welt und der gesamten uns bekannten zeit er zeigt dieses wort dahin das ist wirklich krass dass dass er verkündigt von anfang an also geschieht das ende hat er schon verkündigt ich verkündige von anfang an das ende das ist auch ein sehr sehr coole gegebenheit was was darin vorkommt in jesaja 46 vers 10 dann gehen wir weiter mit dieser stelle hier wenn wir die ersten vier buchstaben in zweier blöcke aufteilen dann haben wir bar und es ist das feuer war kennen wir schon das ist der sohn und hand und kreuz haben wir dann wieder und dann kommt der satz raus der sohn wurde durch feuer mit der hand am kreuz dann können wir noch hinzufügen getestet oder er wurde irgendwie ja durch die feuer probe am kreuz getestet und da gibt es einige bibelstellen in lukas und den markus die haben wir hier aber ich muss mich taufen lassen mit einer taufe und wie drängt es mich bis sie vollbracht ist in markus 10 38 bis 39 steht yahusha aber sprach zu ihnen ihr wisst nicht um was ihr bittet also hier spricht dazu den donnersöhne zu den söhnen des zebedeels johannes und jakobus könnt ihr den kelch trinken denn ich trinke und getauft werden mit der taufe mit womit ich getauft werde und sie sprachen zu ihm wir können es yahusha aber sprach zu ihnen ihr werdet zwar den kelch trinken denn ich trinke und getauft werden mit der taufe womit ich getauft werde genau und dann müsste hier hier steht es dann noch interessanter mit dem wort feuer nämlich antwortete johannes allen und sprach ich taufe euch mit wasser es kommt aber einer der stärke ist als ich und ich bin nicht würdig ihm ein schuhriemen zu lösen er wird euch mit heiligen geist und mit feuer taufen und jetzt haben wir an den anderen zwei stellen gesehen dass es hier eine taufe gibt womit yahusha getauft wird und diese taufe haben wir in dem allerersten wort in bereshit bereshit dass der sohn getauft wird mit einer feuertaufe dadurch dass seine hand am kreuz befestigt wurde und von dieser taufe von diesem ans kreuz genagelt werden spricht er an dieser stelle ja mit der taufe dass er sterben wird und die taufe als teil der wiedergeburt ist auch ein sterben sozusagen paulus sagte einer stelle dass wir wenn wir mit christus gestorben sind in der taufe dann werden wir auch mit christus wieder leben und dementsprechend ist die taufe am kreuz auch eine ja eine feuertaufe weil er da erprobt worden ist ja jetzt mache ich noch mal eine pause und fangen mit demnächst video an ein